Ja, kriegen wir hin. Bamm. Jetzt müsste ich runterspringen, dass wir nur von vorne anfangen müssen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von... Ja, it takes two. Genau, warte, ich bin gerade verwirrt. So, jetzt hab ich's. Hast du geschwört, wo wir aufgehört haben? Ich hab da außen, gerade bei der Aufnahme, gerade irgendwie ein bisschen rumge... Uah, explosion! Ich nehme an, jetzt kommt... Wahrscheinlich werde ich noch in der Folge. Die letzten Königin oder was zu sieben, ne? Oh, sorry, ey, wie sagt... Warte, 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 noch nicht. Noch nicht. Was machen diese Bekanne? Oops, falscher Bekanne. Burning a light. Willst du mich raus, Posee? Nee. Nächster Spidershin, das geht. Aha! Ohhhh! Ah! Nice moves, Mei! Okay. Hey! Hey! Oh, 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 oh! Oh, ooh, oh, oh. Yeah! Shoulda have expected this, these squirrels. I'm getting tired of this, Cody! Ich nicht! Oh, das ist wirklich schlimm. Raus hier! Nö, ich bin dagegen. Dein Tester... Warum sollte ich sie hier rauslassen? Hier, merkt euch mal bitte diese Formel dort hinten. Die wird später wichtig fürs Spiel sein. Naja, mal gucken. Ich werde dich nicht vergessen lassen. Vielleicht nicht, du wirst gut. Ach, schade. Nutzbatzen, Alter. Die Ideen sind schon cool. Du wirst vielleicht dagegen, gegen diese Sicherung da hier spritzen. Ah. Guck mal, wie intelligent wir sind. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss einmal so drumrum machen. Dass alle gleichzeitig aufgehören. Bevor du anfällst. Ja. Das ist sanfte Arbeit hier. So, kommst du in die Mitte? So, kommst du? Das sind sehr interessante Anzahlungen. Es sieht, wie etwas hier ist. Ja. Das ist riesig. All das alles ist, ist jetzt. So, etwas groß. Alles, alles... Ich... Ah, ich... So... Man will einfach mal stehen, wenn man sich nur umschauen hab ich das Gefühl. Oder nicht? So, ich tippschuss. Ah, ja. Ach, muss ich sehen, das alte Malus. Schade, ich hab gehofft, dass hier der Feuer ausgeballert werden. Irgendwie. Nicht aus wie ein Kampf. Ich muss hier einspritzen. Ich wollte einfach nur einen Kreis aufgefahren. Ach, wie cool. Die gehen so dann runter und laufen. Kommando. Kommando. Ach nee, wex. Wieso? Kommando. Weiß, du ja. Ach, nee wex. Weiß, du wir brauchst schon Ant-Man in the wall. Wenn wir uns bald haben. Ich verstehe doch nicht was wir machen müssen. Sollen wir doch überspringen? Müsst du da vielleicht rein? Ah du musst hier rein äh klippern. Oh. Alter Alter. Konnte ich aber ordentlich rein klippern. Kannst du schon mal rüber in das nächste auch schon was rein klippern? Ja. Ok schieß dich rüber. Wie soll ich da ran kommen? Ah warte warte. Ne ich muss glaube ich hier. Warte. Ah keine Zinschnur. Ja. So cool. Was du dich ausgedacht haben ist schon echt ziemlich geil. Also Mirror Edge mäßig alles was gelb markiert ist kann man nutzen. Der war der Kantenmaler wo der den woanders gemalt hat. Hier ist der Bretter im Nackler gewesen. Oh ich hab den. Trau ich hab den. Ich hab grad eben die Träume gehört ne. Ach hier. Ah da. Tau ziehen. Oh ja komm. Seil ziehen. Okay. Warte. Lass mich kurz meinen Finger bereit machen. So. Ja. 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 Das ist das Wurteil ich weiß. Ok. Bereit. Keine Chance. Ich helfst du denn. Hörst du wie ich von den Tasten drücke. Aber, cooles Ding. Nochmal? Dein Seiten wechseln ist bestimmt nur die Seite. Ja, genau. Ich kann da gar nicht drauf. Komm noch einmal. Na gut. Macht Spaß zu gewinnen. Vor allem, du eilst ein bisschen langsam. Noohohohoho. Alter, man hört es nicht. Die Tränen sind so toll am Ende. Ich drücke halt aber nur schnell die Y-Taste. Warte mal. Schiefe mal bitte auf den Ball. Achso, ich dachte eigentlich nur weißt du, wenn... Ja, doch. Mir gibt es glaube ich nichts. Es sah aber cool aus. Können wir weiter. Huch. Jetzt ist mir die leere Fandflasch. Irgendwie kick mit dem Fuß. Endlich mal wieder ein Spiel, wo ich meine Kontrolle vergewaltigen kann. Ich glaube, hier ist der Boss drauf. Oh Mann. Meine Läge verletzten. Meine Beine verletzten. Wenn wir aus dieser Beste kommen, habe ich ein Kohlbeer. Ich habe auch zwei. Was? 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 Wie viel Abwechslung da drin ist. Wie geil das gemacht ist, ne? Boah. Voll so geschafft. Ich weiß eigentlich nicht wo du bist, aber... Ich glaube, es wird deutlich hinter dir, weil du bleibst dein Wissen. Kann das sein? Ja, tue ich auch. Komm, dann füße ich jetzt auch mal. Ah, zusammen kommt der nächste Bosskampf, ne? Jetzt haben wir beide Profolge einen Bosskampf. Sieht bei mir aus wie ein Brotraum aus. Ist das hier? World 76 101. Boah. Hatte ich gerade einen Lack gehabt, du auch? Ja, ich auch. Boah, ich lege gerade ohne Ende. Was dich hat es los? Hm. Ah, nee. Was ist das? Dann drehst du aber in die falsche Richtung. Ja, ich lege gerade. Irgendwie hat es geklappt. Aber wir müssen da noch viele Dinge aufmachen, ne? Können wir beide die Tür einschmieren? Ja. Ich gehe ihn aber auch auf. Am besten. Die Musik dazu. So geil. Was ist da hinten einschmieren? For the Queen! Das ist eine Wespe oder die Nacht nicht verreicht. Aber das passt. Ja, weil ich versuche einmal abzulenken, dass es da selber auf mich geht, dann kannst sie von dem rausschließen. Kann wir den überhaupt töten weil wir uns lieber auf die Tür konzentrieren. Ne. Bitte hast du mir auch nicht auf. Die Kicks sind doch nicht eingeschmied, ne? Häh, wird doch immer von hinten eingestürt. Ich bin nicht mehr getroffen. Das sieht so aus aus. Alter, perfekt! Wenn du es schnellst, desto mehr du draufschmierst, desto mehr wird wahrscheinlich dein Schaden sein. Oh ja. So, ich wollte ihm den Rest geben. Oh, okay. Wir hätten ihn eh besiegen müssen. Nur, seit letzter Regierung nicht weggegangen. Boah. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie bei Dark Souls 2. Das Ende war auch wie so ein Nest. Ja. 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 Alter. Guck mal nach oben. Richtig. Hier, einmal fürs Thumbnail, einmal hier so. Hier, warte. Also ehrlich, was die hier gemacht haben, grafisch, das ist sehr armartig. Oh, kann auf diese Plattform da unten fallen? Nein. Glaub ich nicht. Sowas würde ich mal in Crownit gerne sehen. Ja, mal gucken, was bei Grounded noch kommt, alles. Und hier, oder? Ekel hier aus. Irgendwas für geile Explosion. Kannst du das Nestchen vielleicht zerstören? Einschmiert? Ich glaube, ey, guck mal, der ist mir wohl. Ja. Schnell, lauf durch zu den Nestern. Töde ist fast eher nichts. Vor allen Dingen Eier, das sind schon Larven. Da ist nichts mit Eiern. Hier. Nein, das ist noch eins. Nein, das ist noch eins. Da ist noch eins. Oder man ist eine Schulge gegangen. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Noch eins. Da ist noch eins. W lama. Ich weiß nicht, ob dieses Loch was zu sagen hat. Nö. Oh. Jetzt kenne ich dieses Loch, meine ich. Kannst du die Flasche vielleicht runter schießen? Kannst du sie kaputt schießen? Ja. Wir sollten uns bei einem den anderen Flaschen. Ja. Das ist mir unergefallen. Wie falsch ich darf denn? Mörder. Das war glaube ich nach unten. Da. Die Klappe runter gemacht. Ich darf mal die Wespe getöten. Okay. Schmieren zu, so sehr wie du kannst. Ey. Wir haben jetzt Spawn Trapped. Ja. 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 Ich bin. Ja. Ich bin. Ich bin. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Es sind die Schmutz. Uh, sie haben meine Kamera verloren! Oh, ich hoffe es funktioniert. Ah, sieht aus wie die Zwiebeln nicht immer hier waren. Oh, ok. Aber war das hier nicht ein Auslöser? Schicke Pose! Los, schnell, 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 schnell! Willst du mir ansehen? Steck fest! Ah, ist schon witzig. Unser Album. Cool! Cool! Komm, eigentlich noch mal noch. Oh, noch mal bitte, mein Headseater hat gerade abgekackt. Hau raus, mach jetzt auch so lustig. Oh, ich muss die Pose, schnell! Was wird sich denn im Dimmel eigentlich aussehen? Ach, wie cool! Dann müssen wir noch mal ein Foto machen. Nice, ein Aktion-Shot! Ich will von jedem ein Foto haben. Okay. Gut, dann... Oh, ich muss in die Frame! Ich will dann da. Na toll. Vielleicht sieht man nicht noch. Ich will da rein. Zug. Ok. Ich bin begeistert. Jo. Wir haben richtig schöne Fotos gemacht. Wir wollen ja nicht das Projekt... So cool aus. Es wird auch so aus Elden Ring oder so aus einem Dark Souls Spiel sein. Ok, bevor wir runter springen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und somit auf Wiedersehen. nicht die Untertitelung des ZDF, 2020